Dialog 1 Herr Stankowitsch, Sie sind im Nachbarschaftshaus aktiv. Was machen Sie dort? Ich bin jetzt seit sechs Monaten Rentner und das ist doch ein bisschen langweilig. Ich möchte gern aktiv sein und Kontakte haben. Deshalb gehe ich zweimal pro Woche zum Seniorentreff. Einmal bin ich auch zur Rechtsberatung gegangen, weil ich Probleme mit meinem Vermieter hatte. Frau Moik, auch Sie sind oft im Nachbarschaftshaus. Ist das richtig? Ja, das stimmt. Wir haben viele Nachbarn, die nicht aus Deutschland kommen und ich nehme gerne an der internationalen Frauengruppe teil. Das ist spannend, denn ich lerne viele neue Leute kennen. Mit einer Inderin aus dieser Gruppe habe ich mich jetzt zum Sinnkreis angemeldet. Dialog 1 Herr Stankowitsch, Sie sind im Nachbarschaftshaus aktiv. Was machen Sie dort? Ich bin jetzt seit sechs Monaten Rentner und das ist doch ein bisschen langweilig. Ich möchte gern aktiv sein und Kontakte haben. Deshalb gehe ich zweimal pro Woche zum Seniorentreff. Einmal bin ich auch zur Rechtsberatung gegangen, weil ich Probleme mit meinem Vermieter hatte. Frau Moik, auch Sie sind oft im Nachbarschaftshaus. Ist das richtig? Ja, das stimmt. Wir haben viele Nachbarn, die nicht aus Deutschland kommen und ich nehme gerne an der internationalen Frauengruppe teil. Das ist spannend, denn ich lerne viele neue Leute kennen. Mit einer Inderin aus dieser Gruppe habe ich mich jetzt zum Sinnkreis angemeldet. Dialog 2 Frau Meier, sind Sie Mitglied in einem Verein? Ja, natürlich. Ich wohne in Böblingen. Das ist eine kleine Stadt. Hier sind die Vereine ganz wichtig. Ich glaube, dass es hier keinen Menschen gibt, der nicht in einem Verein ist. Erzählen Sie doch bitte, in welchen Vereinen sind Sie? Also, ich mache regelmäßig eine Gymnastikgruppe für Frauen. Einmal pro Woche. Deshalb bin ich im Turnverein. Mein Sohn und mein Mann spielen Fußball. Deshalb sind wir als Familie auch im Fußballverein. Mein Mann arbeitete auch ehrenamtlich als Trainer für eine Kindermannschaft. Ja, und dann sind wir auch im Musikschulverein, denn mein Sohn spielt Gitarre und hat in der Musikschule Unterricht. Ja, und außerdem sind wir im Karnevalsverein. Ich weiß auch nicht, warum. Früher habe ich gerne Karneval gefeiert und da bin ich in den Verein eingetreten. Aber jetzt waren wir schon lange nicht mehr da. Wir bezahlen nur weiter unseren Mitgliedsbeitrag. Ich glaube, das sind so 20 Euro im Jahr. Frau Meier, sind Sie Mitglied in einem Verein? Erzählen Sie doch bitte. In welchen Vereinen sind Sie? Also, ich mache regelmäßig eine Gymnastikgruppe für Frauen. Einmal pro Woche. Deshalb bin ich im Turnverein. Mein Sohn und mein Mann spielen Fußball. Deshalb sind wir als Familie auch im Fußballverein. Mein Mann arbeitete auch ehrenamtlich als Trainer für eine Kindermannschaft. Ja, und dann sind wir auch im Musikschulverein, denn mein Sohn spielt Gitarre und hat in der Musikschule Unterricht. Ja, und außerdem sind wir im Karnevalsverein. Ich weiß auch nicht, warum. Früher habe ich gerne Karneval gefeiert und da bin ich in den Verein eingetreten. Aber jetzt waren wir schon lange nicht mehr da. Wir bezahlen nur weiter unseren Mitgliedsbeitrag. Ich glaube, das sind so 20 Euro im Jahr. Telefonzentrale Bürgeramt. Sie sprechen mit Frau Gerber. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Bardi. Ich möchte am Internationalen Straßenfest teilnehmen. Können Sie mich bitte mit Herrn Schlüter verbinden? Einen Moment, bitte. Tut mir leid. Herr Schlüter spricht gerade. Ich kann Ihnen die Durchwahl geben. Ja, bitte. Das ist die 212 und dann die Durchwahl 3459. 212 3459. Ja, genau. Dankeschön. Auf Wiederhören. Dialog 3 Telefonzentrale Bürgeramt. Sie sprechen mit Frau Gerber. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Bardi. Ich möchte am Internationalen Straßenfest teilnehmen. Können Sie mich bitte mit Herrn Schlüter verbinden? Einen Moment, bitte. Tut mir leid. Herr Schlüter spricht gerade. Ich kann Ihnen die Durchwahl geben. Ja, bitte. Das ist die 212 und dann die Durchwahl 3459. 212 3459. Ja, genau. Dankeschön. Auf Wiederhören. Dialog 4 Schlüter, guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Bardi. Ich möchte gerne am Internationalen Straßenfest teilnehmen und Spezialitäten aus meiner Heimat verkaufen. Was muss ich machen? Tut mir leid. Für die Standmiete beim Internationalen Straßenfest bin ich nicht zuständig. Das macht meine Kollegin Frau Koster. Können Sie mir bitte Ihre Durchwahl geben? Ja, das ist die 3387. Dankeschön. Dialog 4 Schlüter, guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Bardi. Ich möchte gerne am Internationalen Straßenfest teilnehmen und Spezialitäten aus meiner Heimat verkaufen. Was muss ich machen? Tut mir leid. Für die Standmiete beim Internationalen Straßenfest bin ich nicht zuständig. Das macht meine Kollegin Frau Koster. Können Sie mir bitte Ihre Durchwahl geben? Ja, das ist die 3387. Dankeschön. Dialog 5 Maja? Guten Tag. Hier spricht Frau Bardi. Ich möchte einen Stand auf dem Internationalen Straßenfest mieten und wollte fragen... Was wollen Sie? Einen Stand mieten? Oh, Entschuldigung. Bin ich nicht beim Bürgeramt bei Frau Koster? Nein, da sind Sie falsch verbunden. Tut mir leid. Dann habe ich mich verwehlt. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Keine Ursache. Viel Glück. Alle Plätze sind zurzeit belegt. Bitte legen Sie nicht auf. Oh, nein! Dialog 5 Maja? Guten Tag. Hier spricht Frau Bardi. Ich möchte einen Stand auf dem Internationalen Straßenfest mieten und wollte fragen... Was wollen Sie? Einen Stand mieten? Oh, Entschuldigung. Bin ich nicht beim Bürgeramt bei Frau Koster? Nein, da sind Sie falsch verbunden. Tut mir leid. Dann habe ich mich verwehlt. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Keine Ursache. Viel Glück. Alle Plätze sind zurzeit belegt. Bitte legen Sie nicht auf. Oh, nein! Dialog 6 Kennen Sie einen Verein, in dem man Leute kennenlernen kann? Kennen Sie einen Singkreis, in dem jeder mitsingen kann? Kennen Sie eine Gruppe, in der ich andere Mütter kennenlernen kann? Kennen Sie ein Nachbarschaftshaus, in dem es interessante Angebote gibt? Kennen Sie einen Verein, in dem man Leute kennenlernen kann? Kennen Sie einen Singkreis, in dem jeder mitsingen kann? Kennen Sie eine Gruppe, in der ich andere Mütter kennenlernen kann? Kennen Sie ein Nachbarschaftshaus, in dem es interessante Angebote gibt? Wie heißt der Sachbearbeiter, mit dem Sie gesprochen haben? Wie heißt die Sachbearbeiterin, mit der Sie telefoniert haben? Wie heißen die Leute, mit denen du zusammengearbeitet hast? Wie heißt das Projekt, mit dem Ulyana anderen Menschen hilft? Wie heißt das Projekt, mit dem Ulyana anderen Menschen hilft? Kennen Sie einen Verein, in dem man Leute kennenlernen kann? Kennen Sie einen Singkreis, in dem jeder mitsingen kann? Kennen Sie eine Gruppe, in der ich andere Mütter kennenlernen kann? Kennen Sie ein Nachbarschaftshaus, in dem es interessante Angebote gibt? Kennen Sie einen Verein, in dem man Leute kennenlernen kann? Kennen Sie ein Nachbarschaftshaus, in dem es interessante Angebote gibt? Kennen Sie ein Nachbarschaftshaus, in dem es interessante Angebote gibt? Kennen Sie ein Nachbarschaftshaus, in dem es interessante Angebote gibt? Kennen Sie ein Nachbarschaftshaus, in dem es interessante Angebote gibt? Wie heißt das Projekt, mit dem Ulyana anderen Menschen hilft? Wie heißt das Projekt, mit dem Ulyana anderen Menschen hilft? Du wolltest etwas sagen. Ach so, ja. Bei uns zu Hause sind die Familie und die Nachbarn total wichtig. Man hilft sich. Das macht vieles einfacher. Ich fühle mich oft allein mit Sophia und dem Job und meinem Leben. Ja, das verstehe ich gut. Ich habe eine Sendung im Fernsehen gesehen, in der sie eine tolle Idee vorgestellt haben. Und zwar gibt es Leihomas. Leihomas? Was ist das? Das ist eine Art ehrenamtliches Engagement. Es gibt da einen Verein, der so etwas organisiert. Und wie funktioniert das? Ganz einfach. Der Verein bringt junge Eltern, die Hilfe brauchen, mit älteren Menschen zusammen. Das sind dann ältere Menschen, die Zeit haben und Familien oder jungen Müttern mit kleinen Kindern helfen möchten. Das ist ja spannend. Ich überlege, ob ich da mal anrufen soll. Ja, das ist eine gute Idee. Dialog 7 Du wolltest etwas sagen. Ach so, ja. Bei uns zu Hause sind die Familie und die Nachbarn total wichtig. Man hilft sich. Das macht vieles einfacher. Ich fühle mich oft allein mit Sophia und dem Job und meinem Leben. Ja, das verstehe ich gut. Ich habe eine Sendung im Fernsehen gesehen, in der sie eine tolle Idee vorgestellt haben. Und zwar gibt es Leihomas. Leihomas? Was ist das? Das ist eine Art ehrenamtliches Engagement. Es gibt da einen Verein, der so etwas organisiert. Und wie funktioniert das? Ganz einfach. Der Verein bringt junge Eltern, die Hilfe brauchen, mit älteren Menschen zusammen. Das sind dann ältere Menschen, die Zeit haben und Familien oder jungen Müttern mit kleinen Kindern helfen möchten. Das ist ja spannend. Ich überlege, ob ich da mal anrufen soll. Ja, das ist eine gute Idee. Guten Tag, mein Name ist Kurt Valentiner. Ich bin Ihr Bankberater. Entschuldigen Sie bitte, dass Sie fünf Minuten warten mussten. Das macht nichts. Ich bin Rana Schmidt und möchte ein Girokonto eröffnen. Ja, gerne. Wir haben verschiedene Angebote. Wofür brauchen Sie das Konto? Brauchen Sie ein Privatkonto oder ein Geschäftskonto? Ich brauche ein Privatkonto für mein Gehalt, die Miete und so weiter. Dann empfehle ich Ihnen unser Giro Plus. Es kostet vier Euro im Monat plus Gebühren. Wofür muss ich Gebühren bezahlen? Die Gebühren sind für eine Kreditkarte oder eine zweite EC-Karte. Alle Buchungen, also zum Beispiel Einzahlungen, Auszahlungen und Überweisungen sind kostenlos. Ja, ich denke, das passt. Ich nehme das Konto Giro Plus. Natürlich bekommen Sie auch eine EC-Karte. Mit der EC-Karte können Sie bargeldlos bezahlen und in fast allen Ländern weltweit Geld abheben. Nicht nur an unseren Geldautomaten. Gut. Wann bekomme ich die EC-Karte? Das dauert ungefähr zwei Wochen. Sie kommt per Post. Auch die PIN bekommen Sie per Post, aber separat. Die PIN? Ja, die Geheimnummer für den Geldautomaten oder für bargeldlose Zahlungen. Ich muss also zwei Wochen warten. Erst dann kann ich das Konto benutzen? Nein. Sie können natürlich ab sofort, sofort hier am Schalter Geld einzahlen und abheben. Hm. Noch eine letzte Frage. Kann ich auch eine EC-Karte für meinen Mann bekommen? Ja, das ist möglich. Guten Tag. Mein Name ist Kurt Valentiner. Ich bin Ihr Bankberater. Entschuldigen Sie bitte, dass Sie fünf Minuten warten mussten. Das macht nichts. Ich bin Rana Schmidt und möchte ein Girokonto eröffnen. Ja, gerne. Wir haben verschiedene Angebote. Wofür brauchen Sie das Konto? Brauchen Sie ein Privatkonto oder ein Geschäftskonto? Ich brauche ein Privatkonto für mein Gehalt, die Miete und so weiter. Dann empfehle ich Ihnen unser Giro Plus. Es kostet vier Euro im Monat plus Gebühren. Wofür muss ich Gebühren bezahlen? Die Gebühren sind für eine Kreditkarte oder eine zweite EC-Karte. Alle Buchungen, also zum Beispiel Einzahlungen, Auszahlungen und Überweisungen, sind kostenlos. Ja, ich denke, das passt. Ich nehme das Konto Giro Plus. Natürlich bekommen Sie auch eine EC-Karte. Mit der EC-Karte können Sie bargeldlos bezahlen und in fast allen Ländern weltweit Geld abheben. Nicht nur an unseren Geldautomaten. Gut. Wann bekomme ich die EC-Karte? Das dauert ungefähr zwei Wochen. Sie kommt per Post. Auch die PIN bekommen Sie per Post, aber separat. Die PIN? Ja, die Geheimnummer für den Geldautomaten oder für bargeldlose Zahlungen. Ich muss also zwei Wochen warten. Erst dann kann ich das Konto benutzen? Nein. Sie können natürlich ab sofort, sofort hier am Schalter Geld einzahlen und abheben. Hm. Noch eine letzte Frage. Kann ich auch eine EC-Karte für meinen Mann bekommen? Ja, das ist möglich. Dialog 9 Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich brauche eine Waschmaschine. Was können Sie empfehlen? Wir haben viele verschiedene Typen. Hier ist zum Beispiel eine Maschine mit viel Platz. Sie können acht Kilo Wäsche auf einmal waschen. Ein anderer Vorteil ist, dass es fünf Jahre Garantie gibt. Aber der Preis ist ein Nachteil. Er ist sehr hoch. Und so viel Wäsche habe ich nicht. Was ist mit dieser Waschmaschine? Sie kostet nur 269 Euro. Ja, aber sie hat weniger Platz und nur zwei Jahre Garantie. Das macht nichts. Die Garantiezeit ist für mich in Ordnung und ich sehe, dass sie genauso energiesparend ist wie die andere Maschine. Der Energieverbrauch ist für mich auch sehr wichtig. Ich glaube, die nehme ich. Sollen wir Ihnen die Maschine nach Hause liefern? Das kostet 50 Euro extra. Ja, gerne. Ich kann sie nicht selbst transportieren. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich brauche eine Waschmaschine. Was können Sie empfehlen? Wir haben viele verschiedene Typen. Hier ist zum Beispiel eine Maschine mit viel Platz. Sie können acht Kilo Wäsche auf einmal waschen. Ein anderer Vorteil ist, dass es fünf Jahre Garantie gibt. Aber der Preis ist ein Nachteil. Er ist sehr hoch. Und so viel Wäsche habe ich nicht. Was ist mit dieser Waschmaschine? Sie kostet nur 269 Euro. Ja, aber sie hat weniger Platz und nur zwei Jahre Garantie. Das macht nichts. Die Garantiezeit ist für mich in Ordnung und ich sehe, dass sie genauso energiesparend ist wie die andere Maschine. Der Energieverbrauch ist für mich auch sehr wichtig. Ich glaube, die nehme ich. Sollen wir Ihnen die Maschine nach Hause liefern? Das kostet 50 Euro extra. Ja, gerne. Ich kann sie nicht selbst transportieren. Guten Tag. Ich habe vor zwei Wochen diesen Staubsauger gekauft, aber er funktioniert leider nicht. Vielleicht ist das Stromkabel defekt. Darf ich mal sehen? Ja, hier. Probieren Sie es einmal. Hm. Da gibt es ein Problem. Der Staubsauger hat einen Fehler. Und was passiert jetzt? Wir schicken den Staubsauger ans Werk. Die prüfen und reparieren ihn. Haben Sie die Quittung? Ja, hier sind die Quittung und der Garantieschein. Wann bekomme ich den Staubsauger zurück? Das geht schnell. Sie bekommen Ihren Staubsauger in zwei Wochen zurück. Guten Tag. Dialog 10 Guten Tag. Ich habe vor zwei Wochen diesen Staubsauger gekauft, aber er funktioniert leider nicht. Vielleicht ist das Stromkabel defekt. Darf ich mal sehen? Ja, hier. Probieren Sie es einmal. Hm, da gibt es ein Problem. Der Staubsauger hat einen Fehler. Und was passiert jetzt? Wir schicken den Staubsauger ans Werk. Die prüfen und reparieren ihn. Haben Sie die Quittung? Ja, hier sind die Quittung und der Garantieschein. Wann bekomme ich den Staubsauger zurück? Das geht schnell. Sie bekommen Ihren Staubsauger in zwei Wochen zurück. Das geht schnell. Dialog 11 Wichtige Sätze Der Rasierapparat funktioniert nicht. Bitte lassen Sie ihn prüfen und reparieren. Bitte schicken Sie ihn ans Werk. Hier ist die Quittung. Und das ist der Garantieschein. Wie lange dauert die Reparatur? Der Rasierapparat funktioniert nicht. Bitte lassen Sie ihn prüfen und reparieren. Bitte schicken Sie ihn ans Werk. Hier ist die Quittung. Hier ist die Quittung. Und das ist der Garantieschein. Wie lange dauert die Reparatur? Dialog 11 Wichtige Sätze Der Rasierapparat funktioniert nicht. Bitte lassen Sie ihn prüfen und reparieren. Bitte schicken Sie ihn ans Werk. Hier ist die Quittung. Und das ist der Garantieschein. Wie lange dauert die Reparatur? Der Rasierapparat funktioniert nicht. Bitte lassen Sie ihn prüfen und reparieren. Bitte schicken Sie ihn ans Werk. Wie lange dauert die Reparatur? Wie lange dauert die Reparatur? Und wie war dein Wochenende, Anna? Meine Tochter war am Sonntag da. Aber es war schwierig. Seit ich allein bin, ist sie ein bisschen anstrengend. Sie will mir sicher nur helfen, aber ich finde das komisch. Habt ihr euch gestritten? Nein. Oder ja, ein bisschen. Sie versteht zum Beispiel nicht, dass ich Gebühren für mein Girokonto bezahle. Und sie will, dass ich Onlinebanking mache. Sie war schon fast wütend. Wir haben lange darüber geredet. Das verstehe ich nicht. Worüber war sie wütend? Das ist doch deine Sache. Ja, klar. Ich verstehe das auch nicht. Wofür brauche ich Onlinebanking? Ich fülle die Überweisungsformulare aus und bringe sie zu meiner Bank. Fertig. Wie macht ihr das denn? Naja, ich mache natürlich alles online. Dann habe ich keine langen Wege und muss nicht auf die Öffnungszeiten der Bank achten. Ich mache auch nur Onlinebanking. Das finde ich praktischer. Und was für ein Girokonto habt ihr? Zahlt ihr Gebühren? Ja, ich zahle Gebühren für mein Konto, aber das ist ja auch ein Geschäftskonto. Ich zahle nichts. Wenn du willst, helfe ich dir, ein kostenloses Konto zu eröffnen. Danke, aber ich weiß nicht. Dialog 12 Und wie war dein Wochenende, Anna? Meine Tochter war am Sonntag da, aber es war schwierig. Seit ich allein bin, ist sie ein bisschen anstrengend. Sie will mir sicher nur helfen, aber ich finde das komisch. Habt ihr euch gestritten? Nein, oder ja, ein bisschen. Sie versteht zum Beispiel nicht, dass ich Gebühren für mein Girokonto bezahle. Und sie will, dass ich Onlinebanking mache. Sie war schon fast wütend. Wir haben lange darüber geredet. Das verstehe ich nicht. Worüber war sie wütend? Das ist doch deine Sache. Ja, klar. Ich verstehe das auch nicht. Wofür brauche ich Onlinebanking? Ich fülle die Überweisungsformulare aus und bringe sie zu meiner Bank. Fertig. Wie macht ihr das denn? Naja, ich mache natürlich alles online. Dann habe ich keine langen Wege und muss nicht auf die Öffnungszeiten der Bank achten. Ich mache auch nur Onlinebanking. Das finde ich praktischer. Und was für ein Girokonto habt ihr? Zahlt ihr Gebühren? Ja, ich zahle Gebühren für mein Konto, aber das ist ja auch ein Geschäftskonto. Ich zahle nichts. Wenn du willst, helfe ich dir, ein kostenloses Konto zu eröffnen. Danke, aber ich weiß nicht. Dialog 13 Weißt du, wen ich letzte Woche getroffen habe? Uli. Uli? Welchen Uli meinst du? Uli Fraling. Uli Fraling? Echt? Den habe ich seit zehn Jahren nicht mehr gesehen. Bist du zu ihm nach Alten Berge gefahren? Was hast du denn dort gemacht? Tja, das war eine Überraschung. Auch für ihn. Aber eigentlich war es gar nicht geplant. Erzähl doch mal, wie bist du denn dort hingekommen? Du weißt ja, dass ich beruflich viel reise. Ich muss immer in den Norden nach Osnabrück und Oldenburg. Naja, und da war ich letzten Freitag auch in der Nähe von Oldenburg und bin abends spät zurückgefahren. In Münster hatte der Zug dann einen langen Aufenthalt, ich weiß nicht genau warum, ein Problem mit den Signalen oder so. Naja, da bin ich ausgestiegen und habe eine Zigarette geraucht. Hast du immer noch nicht aufgehört mit dem Rauchen? Ach so, halb. Aber wenn ich Stress habe, dann rauche ich gerne noch eine. Naja, aber jedenfalls stehe ich da so auf dem Bahnsteig und sehe ein Plakat. Madonna macht eine Deutschland-Tournee. Ich träume schon von einer Karte in der ersten Reihe. Da höre ich einen Pfiff hinter mir. Ich drehe mich um, die Türen geschlossen und der Zug fährt los. Mit meiner Tasche, mit meinem Portemonnaie, mit allem, was ich dabei habe. Es war kurz nach eins in der Nacht. Der Bahnhof geschlossen, nichts los, kein Mensch zu sehen. Oh je, und dann hast du Uli getroffen. Das war ja ein Zufall. Nein, nicht gerade ein Zufall. Ich habe ihn angerufen. Mein Smartphone hatte ich glücklicherweise in der Tasche. Dann habe ich seine Nummer herausgefunden. Er wohnt immer noch in der Finkenstraße in Altenberge. Und dann habe ich ihn angerufen. Es war mittlerweile halb zwei. Erst war Ullis Frau am Telefon, sehr unfreundlich. Das kann ich ja auch verstehen. Die hatten natürlich schon geschlafen. Aber sie hat mir Uli gegeben. Und der hat sich sofort ins Auto gesetzt und hat mich abgeholt. Wow! Ja, Uli war schon immer ein guter Freund. Man kann sich wirklich auf ihn verlassen. Dialog 13 Weißt du, wen ich letzte Woche getroffen habe? Uli. Uli? Welchen Uli meinst du? Uli Fraling. Uli Fraling? Echt? Den habe ich seit zehn Jahren nicht mehr gesehen. Bist du zu ihm nach Altenberge gefahren? Was hast du denn dort gemacht? Tja, das war eine Überraschung. Auch für ihn. Aber eigentlich war es gar nicht geplant. Erzähl doch mal. Wie bist du denn dort hingekommen? Du weißt ja, dass ich beruflich viel reise. Ich muss immer in den Norden nach Osnabrück und Oldenburg. Naja, und da war ich letzten Freitag auch in der Nähe von Oldenburg und bin abends spät zurückgefahren. In Münster hatte der Zug dann einen langen Aufenthalt, ich weiß nicht genau warum, ein Problem mit den Signalen oder so. Naja, da bin ich ausgestiegen und habe eine Zigarette geraucht. Hast du immer noch nicht aufgehört mit dem Rauchen? Ach so, halb. Aber wenn ich Stress habe, dann rauche ich gerne noch, gerne noch eine. Naja, aber jedenfalls stehe ich da so auf dem Bahnsteig und sehe ein Plakat. Madonna macht eine Deutschland-Tournee. Ich träume schon von einer Karte in der ersten Reihe. Da höre ich einen Pfiff hinter mir. Ich drehe mich um, die Türen geschlossen und der Zug fährt los. Mit meiner Tasche, mit meinem Portemonnaie, mit allem, was ich dabei habe. Es war kurz nach eins in der Nacht, der Bahnhof geschlossen, nichts los, kein Mensch zu sehen. Oh je, und dann hast du Uli getroffen. Das war ja ein Zufall. Nein, nicht gerade ein Zufall. Aber sie hat mir Uli gegeben. Und der hat sich sofort ins Auto gesetzt und hat mich abgeholt. Wow. Ja, Uli war schon immer ein guter Freund. Man kann sich wirklich auf ihn verlassen. Dialog 14 Am Nachmittag muss ich die Waschmaschine reparieren, denn die ist seit einer Woche kaputt. Und am Vormittag helfe ich meinem Vermieter im Garten. Am Montag haben wir einen Test in unserem Deutschkurs und deshalb will ich Sonntagabend für den Test lernen. Dialog 14 Herr Patzi, wie sieht Ihr Wochenende aus? Am Samstagvormittag putze ich immer die Wohnung. Das macht keinen Spaß, aber es muss sein. Am Nachmittag mache ich Sport. Das heißt, ich jogge eine Stunde. Und am Abend gehe ich mit meiner Freundin essen. Und am Sonntag? Am Nachmittag muss ich die Waschmaschine reparieren, denn die ist seit einer Woche kaputt. Und am Vormittag helfe ich meinem Vermieter im Garten. Am Montag haben wir einen Test in unserem Deutschkurs und deshalb will ich Sonntagabend für den Test lernen. Dialog 15 Restaurant zur Post, was kann ich für Sie tun? Guten Abend, hier spricht Fernando Lopez. Ich möchte gerne einen Tisch für Samstagabend reservieren. Geht das? Ja, das geht. Wie viele Personen sind Sie und wann möchten Sie kommen? Wir sind drei Personen und wollen um 20 Uhr kommen. Möchten Sie einen Tisch auf der Terrasse? Ja, gerne. Das habe ich notiert. Vielen Dank für Ihre Reservierung. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Dialog 15 Restaurant zur Post, was kann ich für Sie tun? Guten Abend, hier spricht Fernando Lopez. Ich möchte gerne einen Tisch für Samstagabend reservieren. Geht das? Ja, das geht. Wie viele Personen sind Sie und wann möchten Sie kommen? Wir sind drei Personen und wollen um 20 Uhr kommen. Möchten Sie einen Tisch auf der Terrasse? Ja, gerne. Das habe ich notiert. Vielen Dank für Ihre Reservierung. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Dialog 16 Frau Ahlers, Sie haben einen Sohn. Was macht er jetzt? Also unser Sohn Philipp geht jetzt in die vierte Klasse und wir möchten, dass er danach aufs Gymnasium geht. Ist er gut in der Schule? Er hat gute Noten. Nur in Mathematik muss er besser werden. Wenn er eine 2 hat, dann kann er aufs Gymnasium gehen. Was soll er später einmal machen? Was er nach dem Gymnasium machen soll? Ach, das wissen wir noch nicht. Das muss er entscheiden. Er sagt, er möchte Arzt werden. Dann muss er aber sehr gute Noten haben und an der Universität studieren. Das Studium dauert auch sehr lange. Aber dann, als Arzt, Arzt, kann man sehr gut Geld verdienen. Dialog 16 Frau Ahlers, Sie haben einen Sohn. Was macht er jetzt? Also unser Sohn Philipp geht jetzt in die vierte Klasse und wir möchten, dass er danach aufs Gymnasium geht. Ist er gut in der Schule? Er hat gute Noten. Nur in Mathematik muss er besser werden. Wenn er eine 2 hat, dann kann er aufs Gymnasium gehen. Was soll er später einmal machen? Was er nach dem Gymnasium machen soll? Ach, das wissen wir noch nicht. Das muss er entscheiden. Er sagt, er möchte Arzt werden. Dann muss er aber sehr gute Noten haben und an der Universität studieren. Das Studium dauert auch sehr lange. Aber dann, als Arzt, Arzt, kann man sehr gut Geld verdienen. Dialog 17 Selvi, was magst du essen? Ich glaube, ich nehme die Tomatensuppe, denn die schmeckt mir immer. Dann nehme ich noch das Hähnchen mit Nudeln und Gemüse. Also, ich nehme kein Hähnchen, denn das hatte ich schon gestern. Ich nehme die Spaghetti. Was willst du trinken, Philipp? Ich nehme ein Glas Wein. Ich habe gehört, dass der Wein hier nicht so gut ist. Ich nehme einen Apfelsaft. Dann nehme ich ein Bier. Willst du keine Suppe als Vorspeise? Doch, ich nehme auch die Tomatensuppe. Nach dem Hähnchen esse ich dann noch ein Vanilleeis. Dialog 17 Selvi, was magst du essen? Ich glaube, ich nehme die Tomatensuppe, denn die schmeckt mir immer. Dann nehme ich noch das Hähnchen mit Nudeln und Gemüse. Also, ich nehme kein Hähnchen, denn das hatte ich schon gestern. Ich nehme die Spaghetti. Was willst du trinken, Philipp? Ich nehme ein Glas Wein. Ich habe gehört, dass der Wein hier nicht so gut ist. Ich nehme einen Apfelsaft. Dann nehme ich ein Bier. Willst du keine Suppe als Vorspeise? Doch, ich nehme auch die Tomatensuppe. Nach dem Hähnchen esse ich dann noch ein Vanilleeis. Dialog 18 Wann sind Sie nach Deutschland gekommen? Ich bin 2011 nach Deutschland gekommen. Wo haben Sie da gewohnt? Zuerst habe ich in der Nähe von Kassel gewohnt. Auf dem Land. Leider gibt es da nicht so viel Arbeit und ich habe keine Arbeit gefunden. Ich war etwas depressiv. Dann hat mein Onkel gesagt, komm zu mir nach Frankfurt. Hier findest du bestimmt deine Arbeit. Ich bin also zu meinem Onkel nach Frankfurt umgezogen. Haben Sie in Frankfurt sofort eine Arbeit gefunden? Nein, in Frankfurt habe ich erst einmal einen Sprachkurs gemacht. Im Sprachkurs habe ich nette Leute kennengelernt. Ich habe auch die Prüfung gemacht. Beim zweiten Mal habe ich sie geschafft. Dann habe ich auch eine Arbeit gefunden. Ich arbeite jetzt als Verkäufer. Und wie geht es Ihnen jetzt? Ich bin ganz zufrieden. Aber ich verdiene leider nicht so viel Geld. Vielleicht finde ich noch eine andere Arbeit. Ich möchte gern wieder als Ingenieur arbeiten. So wie in meiner Heimat. Dialog 18 Wann sind Sie nach Deutschland gekommen? Ich bin 2011 nach Deutschland gekommen. Wo haben Sie da gewohnt? Zuerst habe ich in der Nähe von Kassel gewohnt. Auf dem Land. Leider gibt es da nicht so viel Arbeit und ich habe keine Arbeit gefunden. Ich war etwas depressiv. Dann hat mein Onkel gesagt, komm zu mir nach Frankfurt. Hier findest du bestimmt deine Arbeit. Ich bin also zu meinem Onkel nach Frankfurt umgezogen. Haben Sie in Frankfurt sofort eine Arbeit gefunden? Nein, in Frankfurt habe ich erst einmal einen Sprachkurs gemacht. Im Sprachkurs habe ich nette Leute kennengelernt. Ich habe auch die Prüfung gemacht. Beim zweiten Mal habe ich sie geschafft. Dann habe ich auch eine Arbeit gefunden. Ich arbeite jetzt als Verkäufer. Und wie geht es Ihnen jetzt? Ich bin ganz zufrieden. Aber ich verdiene leider nicht so viel Geld. Vielleicht finde ich noch eine andere Arbeit. Ich möchte gern wieder als Ingenieur arbeiten. So wie in meiner Heimat. Dialog 19 Wie war Ihre Schulzeit, Frau Sanchez? Also meine Schulzeit war schön. Unsere Lehrer waren ziemlich streng. Wir mussten viel lernen. Aber die Prüfungen waren nicht so schwierig wie heute. Wir konnten leichter einen Abschluss bekommen als die Kinder heute. Nachmittags konnten wir verschiedene Kurse wählen, zum Beispiel Basketball, Tanzen oder Schach. Aber wir durften keine Hausaufgaben in der Schule machen. Die mussten wir immer zu Hause machen. Manchmal wollten wir an den Strand gehen und schwimmen, besonders wenn es heiß war. Das durften wir leider nicht. Aber eigentlich konnte ja nichts passieren. Das Meer war immer ruhig. Dialog 19 Wie war Ihre Schulzeit, Frau Sanchez? Also meine Schulzeit war schön. Unsere Lehrer waren ziemlich streng. Wir mussten viel lernen. Aber die Prüfungen waren nicht so schwierig wie heute. Wir konnten leichter einen Abschluss bekommen als die Kinder heute. Nachmittags konnten wir verschiedene Kurse wählen, zum Beispiel Basketball, Tanzen oder Schach. Aber wir durften keine Hausaufgaben in der Schule machen. Die mussten wir immer zu Hause machen. Manchmal wollten wir an den Strand gehen und schwimmen, besonders wenn es heiß war. Das durften wir leider nicht. Aber eigentlich konnte ja nichts passieren. Das Meer war immer ruhig. Und dann war es nicht so wichtig. Was machen Sie, wenn Sie müde sind? Was machen Sie, wenn Sie Fieber haben? Was machen Sie, wenn die Hose zu klein ist? Was machen Sie, wenn Sie nicht schlafen können? Was machen Sie, wenn Sie zwei Wochen Urlaub haben? Was machen Sie, wenn Sie Fieber haben? Was machen Sie, wenn Sie nicht fit sind? Was machen Sie, wenn Sie nicht fit sind? Was machen Sie, wenn Sie zwei Wochen Urlaub haben? Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Thema ist heute Schule früher und heute. Dazu ist einer unserer treuen Hörer zu uns zu Besuch gekommen und möchte uns etwas erzählen. Guten Tag, Herr Vogel. Herr Vogel, Sie sind jetzt 65 Jahre alt. Können Sie uns erzählen, wie die Schule früher war? Ja klar, gerne. Also, was möchten Sie wissen? Zuerst einmal, hatten Sie einen Lehrer oder eine Lehrerin? Ganz am Anfang hatte ich eine Lehrerin. Ich weiß noch genau, das war Frau Peters. Sie war sehr jung und sehr beliebt. Und streng? Nein, sie war nicht zu streng. Später hatte ich natürlich viele verschiedene Lehrer und Lehrerinnen. Die meisten waren eher streng. Aber viele waren auch sehr beliebt bei uns Schülern. Und wie lange hatten Sie Unterricht? Nicht so lange wie die Schüler heute. Unser Unterricht hatte jeden Morgen um 8 Uhr angefangen und in den ersten Jahren mittags um 12 aufgehört. Zum Mittagessen war ich immer zu Hause. Natürlich habe ich nachmittags noch Hausaufgaben gemacht. Aber das war meistens nicht so viel. Und was war Ihr Lieblingsfach? Mein Lieblingsfach? Am Anfang hatte ich kein Lieblingsfach. Ich habe alles gerne gemacht. Später hatte ich zwei Lieblingsfächer. Sport und Physik. Ich habe immer gerne Fußball gespielt. Und Physik finde ich auch heute noch spannend. Deshalb bin ich ja auch Ingenieur geworden. Dialog 21 Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Thema ist heute Schule früher und heute. Dazu ist einer unserer treuen Hörer zu uns zu Besuch gekommen und möchte uns etwas erzählen. Guten Tag, Herr Vogel. Herr Vogel, Sie sind jetzt 65 Jahre alt. Können Sie uns erzählen, wie die Schule früher war? Ja, klar. Gerne. Also, was möchten Sie wissen? Zuerst einmal, hatten Sie einen Lehrer oder eine Lehrerin? Ganz am Anfang hatte ich eine Lehrerin. Ich weiß noch genau, das war Frau Peters. Sie war sehr jung und sehr beliebt. Und streng? Nein, sie war nicht so streng. Später hatte ich natürlich viele verschiedene Lehrer und Lehrerinnen. Die meisten waren eher streng. Aber viele waren auch sehr beliebt bei uns Schülern. Und wie lange hatten Sie Unterricht? Nicht so lange wie die Schüler heute. Unser Unterricht hatte jeden Morgen um 8 Uhr angefangen und in den ersten Jahren mittags um 12 aufgehört. Zum Mittagessen war ich immer zu Hause. Natürlich habe ich nachmittags noch Hausaufgaben gemacht. Aber das war meistens nicht so viel. Und was war Ihr Lieblingsfach? Mein Lieblingsfach? Am Anfang hatte ich kein Lieblingsfach. Ich habe alles gerne gemacht. Später hatte ich zwei Lieblingsfächer. Sport und Physik. Ich habe immer gerne Fußball gespielt. Und Physik finde ich auch heute noch spannend. Deshalb bin ich ja auch Ingenieur geworden. Frau Kostas, Sie sind Buchhalterin. Wie ist das bei Ihnen? Arbeiten Sie auch viel am Computer und nutzen oft das Internet? Ja, natürlich arbeite ich in der Firma oft mit dem Internet. Der Kontakt mit den Kunden geht bei mir natürlich per E-Mail. Ich sitze den ganzen Tag am Computer und arbeite mit vielen verschiedenen Programmen und recherchiere im Internet. Und nutzen Sie das Internet auch oft in Ihrer Freizeit? Nein, in meiner Freizeit gehe ich selten ins Internet. Ich sitze schon bei meiner Arbeit den ganzen Tag am Computer. Da habe ich in der Freizeit keine Lust mehr. Ich chatte zum Beispiel nicht mit meinen Freunden. Ich rufe sie an oder wir treffen uns. Ich möchte auch nicht immer erreichbar sein. Ich brauche auch meine Ruhe. Und ich kaufe nicht online ein. Ich gehe lieber mit einer Freundin zusammen in die Stadt shoppen. Die Zeitung lese ich auch lieber auf Papier, gemütlich mit einer Tasse Kaffee. Ich brauche das Internet in meiner Freizeit nur selten. Dialog 22 Frau Kostas, Sie sind Buchhalterin. Wie ist das bei Ihnen? Arbeiten Sie auch viel am Computer und nutzen oft das Internet? Ja, natürlich arbeite ich in der Firma oft mit dem Internet. Der Kontakt mit den Kunden geht bei mir natürlich per E-Mail. Ich sitze den ganzen Tag am Computer und arbeite mit vielen verschiedenen Programmen und recherchiere im Internet. Und nutzen Sie das Internet auch oft in Ihrer Freizeit? Nein, in meiner Freizeit gehe ich selten ins Internet. Ich sitze schon bei meiner Arbeit den ganzen Tag am Computer. Da habe ich in der Freizeit keine Lust mehr. Ich chatte zum Beispiel nicht mit meinen Freunden. Ich rufe sie an oder wir treffen uns. Ich möchte auch nicht immer erreichbar sein. Ich brauche auch meine Ruhe. Und ich kaufe nicht online ein. Ich gehe lieber mit einer Freundin zusammen in die Stadt shoppen. Die Zeitung lese ich auch lieber auf Papier, gemütlich mit einer Tasse Kaffee. Ich brauche das Internet in meiner Freizeit nur selten. Dialog 23 Ich wollte früher Pilotin werden, weil ich Flugzeuge und Technik mag. Aber meine Augen waren nicht gut genug, deshalb durfte ich nicht Pilotin werden. Ich habe dann Maschinenbau studiert. Jetzt bin ich Ingenieurin in einer Automobilfirma und bin sehr zufrieden mit meiner Arbeit. Ich wollte gerne Erzieher werden, aber meine Eltern haben gesagt, dass man als Erzieher nicht so viel Geld verdient. Ich habe dann eine Ausbildung als Krankengymnast gemacht. Jetzt habe ich meine eigene Praxis, die Arbeit macht mir Spaß und ich verdiene auch nicht schlecht. Dialog 23 Ich wollte früher Pilotin werden, weil ich Flugzeuge und Technik mag. Aber meine Augen waren nicht gut genug, deshalb durfte ich nicht Pilotin werden. Ich habe dann Maschinenbau studiert. Jetzt bin ich Ingenieurin in einer Automobilfirma und bin sehr zufrieden mit meiner Arbeit. Ich wollte gerne Erzieher werden, aber meine Eltern haben gesagt, dass man als Erzieher nicht so viel Geld verdient. Ich habe dann eine Ausbildung als Krankengymnast gemacht. Jetzt habe ich meine eigene Praxis, die Arbeit macht mir Spaß und ich verdiene auch nicht schlecht. Dialog 24 Ach ja, Ranjit, du ziehst ja nächste Woche um. Das wird sicher viel Stress. Oh ja, aber zum Glück muss ich nicht alles allein machen. Meine Freunde helfen mir. Aber einige Sachen muss ich trotzdem selbst machen. Was denn zum Beispiel? Die Umzugskartons packe ich zum Beispiel selbst ein. Und in der neuen Wohnung, Packnung, packe ich sie auch wieder selbst aus. Und ich räume meine Bücher ins Regal. Aber ich kann die Möbel nicht alleine abbauen. Da bekomme ich Hilfe. Außerdem lasse ich die Möbel transportieren. Wie meinst du das? Ich habe viele Möbel und ich brauche einen ziemlich großen Lkw. Aber ich habe keinen Führerschein. Zum Glück hat Mario einen. Er fährt den Lkw mit den Möbeln zur neuen Wohnung. Das ist super nett von Mario. Ja, aber meine Freunde können mir nicht bei allen Sachen helfen. Ich muss die Wohnung renovieren und die Zimmer lasse ich von einem Maler streichen. Und dann lasse ich den Herd von einem Elektriker anschließen. Das will ich nicht selbst machen und das sollen auch meine Freunde nicht machen. Es ist zu gefährlich. Ich will... Ach ja, Ranjit. Du ziehst ja nächste Woche um. Das wird sicher viel Stress. Oh ja. Aber zum Glück muss ich nicht alles allein machen. Meine Freunde helfen mir. Aber einige Sachen muss ich trotzdem selbst machen. Was denn zum Beispiel? Die Umzugskartons packe ich zum Beispiel selbst ein. Und in der neuen Wohnung packe ich sie auch wieder selbst aus. Und ich räume meine Bücher ins Regal. Aber ich kann die Möbel nicht alleine abbauen. Da bekomme ich Hilfe. Außerdem lasse ich die Möbel transportieren. Wie meinst du das? Ich habe viele Möbel und ich brauche einen ziemlich großen Lkw. Aber ich habe keinen Führerschein. Zum Glück hat Mario einen. Er fährt den Lkw mit den Möbeln zur neuen Wohnung. Das ist super nett von Mario. Ja, aber meine Freunde können mir nicht bei allen Sachen helfen. Ich muss die Wohnung renovieren und die Zimmer lasse ich von einem Maler streichen. Und dann lasse ich den Herd von einem Elektriker anschließen. Das will ich nicht selbst machen und das sollen auch meine Freunde nicht machen. Es ist zu gefährlich. Ich will... Herr Stankowitsch, Sie sind im Nachbarschaftshaus aktiv. Was machen Sie dort? Ich bin jetzt seit sechs Monaten Rentner und das ist doch ein bisschen langweilig. Ich möchte gern aktiv sein und Kontakte haben. Deshalb gehe ich zweimal pro Woche zum Seniorentreff. Einmal bin ich auch zur Rechtsberatung gegangen, weil ich Probleme mit meinem Vermieter hatte. Frau Moik, auch Sie sind oft im Nachbarschaftshaus. Ist das richtig? Ja, das stimmt. Wir haben viele Nachbarn, die nicht aus Deutschland kommen und ich nehme gerne an der internationalen Frauengruppe teil. Das ist spannend, denn ich lerne viele neue Leute kennen. Mit einer inneren aus dieser Gruppe habe ich mich jetzt zum Sinnkreis angemeldet. Dialog 1 Herr Stankowitsch, Sie sind im Nachbarschaftshaus aktiv. Was machen Sie dort? Ich bin jetzt seit sechs Monaten Rentner und das ist doch ein bisschen langweilig. Ich möchte gern aktiv sein und Kontakte haben. Deshalb gehe ich zweimal pro Woche zum Seniorentreff. Einmal bin ich auch zur Rechtsberatung gegangen, weil ich Probleme mit meinem Vermieter hatte. Frau Moik, auch Sie sind oft im Nachbarschaftshaus. Ist das richtig? Ja, das stimmt. Wir haben viele Nachbarn, die nicht aus Deutschland kommen und ich nehme gerne an der internationalen Frauengruppe teil. Das ist spannend, denn ich lerne viele neue Leute kennen. Mit einer inneren aus dieser Gruppe habe ich mich jetzt zum Sinnkreis angemeldet. Dialog 2 Frau Meier, sind Sie Mitglied in einem Verein? Ja, natürlich. Ich wohne in Böblingen. Das ist eine kleine Stadt. Hier sind die Vereine ganz wichtig. Ich glaube, dass es hier keinen Menschen gibt, der nicht in einem Verein ist. Erzählen Sie doch bitte, in welchen Vereinen sind Sie? Also, ich mache regelmäßig eine Gymnastikgruppe für Frauen. Einmal pro Woche. Deshalb bin ich im Turnverein. Mein Sohn und mein Mann spielen Fußball. Deshalb sind wir als Familie auch im Fußballverein. Mein Mann arbeitete auch ehrenamtlich als Trainer für eine Kindermannschaft. Ja, und dann sind wir auch im Musikschulverein, denn mein Sohn spielt Gitarre und hat in der Musikschule Unterricht. Ja, und außerdem sind wir im Karnevalsverein. Ich weiß auch nicht warum. Früher habe ich gerne Karneval gefeiert und da bin ich in den Verein eingetreten. Aber jetzt waren wir schon lange nicht mehr da. Wir bezahlen nur weiter unseren Mitgliedsbeitrag. Ich glaube, das sind so 20 Euro im Jahr. Frau Meier, sind Sie Mitglied in einem Verein? Ja, natürlich. Ich wohne in Böblingen. Das ist eine kleine Stadt. Hier sind die Vereine ganz wichtig. Ich glaube, dass es hier keinen Menschen gibt, der nicht in einem Verein ist. Erzählen Sie doch bitte. In welchen Vereinen sind Sie? Also, ich mache regelmäßig eine Gymnastikgruppe für Frauen. Einmal pro Woche. Deshalb bin ich im Turnverein. Mein Sohn und mein Mann spielen Fußball. Deshalb sind wir als Familie auch im Fußballverein. Mein Mann arbeitete auch ehrenamtlich als Trainer für eine Kindermannschaft. Ja, und dann sind wir auch im Musikschulverein, denn mein Sohn spielt Gitarre und hat in der Musikschule Unterricht. Ja, und außerdem sind wir im Karnevalsverein. Ich weiß auch nicht, warum. Früher habe ich gerne Karneval gefeiert und da bin ich in den Verein eingetreten. Aber jetzt waren wir schon lange nicht mehr da. Wir bezahlen nur weiter unseren Mitgliedsbeitrag. Ich glaube, das sind so 20 Euro im Jahr. Dialog 3 Telefonzentrale Bürgeramt. Sie sprechen mit Frau Gerber. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Badi. Ich möchte am Internationalen Straßenfest teilnehmen. Können Sie mich bitte mit Herrn Schlüter verbinden? Einen Moment bitte. Tut mir leid, Herr Schlüter spricht gerade. Ich kann Ihnen die Durchwahl geben. Ja, bitte. Das ist die 2, 1, 2 und dann die Durchwahl 3, 4, 5, 9. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 9. Ja, genau. Dankeschön. Auf Wiederhören. Dialog 3 Telefonzentrale Bürgeramt. Sie sprechen mit Frau Gerber. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Badi. Ich möchte am Internationalen Straßenfest teilnehmen. Können Sie mich bitte mit Herrn Schlüter verbinden? Einen Moment bitte. Tut mir leid, Herr Schlüter spricht gerade. Ich kann Ihnen die Durchwahl geben. Ja, bitte. Das ist die 2, 1, 2 und dann die Durchwahl 3, 4, 5, 9. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 9. Ja, genau. Dankeschön. Auf Wiederhören. Dialog 4 Schlüter, guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Badi. Ich möchte gerne am Internationalen Straßenfest teilnehmen und Spezialitäten aus meiner Heimat verkaufen. Was muss ich machen? Tut mir leid. Für die Standmiete beim Internationalen Straßenfest bin ich nicht zuständig. Das macht meine Kollegin Frau Koster. Können Sie mir bitte Ihre Durchwahl geben? Ja, das ist die 3, 3, 8, 7. Dankeschön. Schlüter, guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Badi. Ich möchte gerne am Internationalen Straßenfest teilnehmen und Spezialitäten aus meiner Heimat verkaufen. Was muss ich machen? Tut mir leid. Für die Standmiete beim Internationalen Straßenfest bin ich nicht zuständig. Das macht meine Kollegin Frau Koster. Können Sie mir bitte Ihre Durchwahl geben? Ja, das ist die 3, 3, 8, 7. Dankeschön. Dialog 5 Meier? Guten Tag. Hier spricht Frau Badi. Ich möchte einen Stand auf dem Internationalen Straßenfest mieten und wollte fragen... Was wollen Sie? Einen Stand mieten? Oh, Entschuldigung. Bin ich nicht beim Bürgeramt bei Frau Koster? Nein. Da sind Sie falsch verbunden. Tut mir leid. Dann habe ich mich verwehlt. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Keine Ursache. Viel Glück. Alle Plätze sind zurzeit belegt. Bitte legen Sie nicht auf. Oh, nein! Dialog 5 Meier? Guten Tag. Hier spricht Frau Badi. Ich möchte einen Stand auf dem Internationalen Straßenfest mieten und wollte fragen... Was wollen Sie? Einen Stand mieten? Oh, Entschuldigung. Bin ich nicht beim Bürgeramt bei Frau Koster? Nein. Da sind Sie falsch verbunden. Tut mir leid. Dann habe ich mich verwehlt. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Keine Ursache. Viel Glück. Alle Plätze sind zurzeit belegt. Bitte legen Sie nicht auf. Oh, nein! Dialog 6 Fragen Kennen Sie einen Verein, in dem man Leute kennenlernen kann? Kennen Sie einen Singkreis, in dem jeder mitsingen kann? Kennen Sie eine Gruppe, in der ich andere Mütter kennenlernen kann? Kennen Sie ein Nachbarschaftshaus, in dem es interessante Angebote gibt? Wie heißt der Sachbearbeiter, mit dem Sie gesprochen haben? Wie heißt die Sachbearbeiterin, mit der Sie telefoniert haben? Kennen Sie einen Singkreis, in dem jeder mitsingen kann? Kennen Sie eine Gruppe, in der ich andere Mütter kennenlernen kann? Kennen Sie ein Nachbarschaftshaus, in dem es interessante Angebote gibt? Wie heißt der Sachbearbeiter, mit dem Sie gesprochen haben? Wie heißt die Sachbearbeiterin, mit der Sie telefoniert haben? Wie heißen die Leute, mit denen du zusammengearbeitet hast? Wie heißt das Projekt, mit dem Uliana anderen Menschen hilft? Dialog 6 Fragen Kennen Sie einen Verein, in dem man Leute kennenlernen kann? Kennen Sie einen Singkreis, in dem jeder mitsingen kann? Kennen Sie eine Gruppe, in der ich andere Mütter kennenlernen kann? Kennen Sie ein Nachbarschaftshaus, in dem es interessante Angebote gibt? Kennen Sie einen Verein, in dem man Leute kennenlernen kann? Kennen Sie einen Singkreis, in dem jeder mitsingen kann? Kennen Sie eine Gruppe, in der ich andere Mütter kennenlernen kann? Kennen Sie ein Nachbarschaftshaus, in dem es interessante Angebote gibt? Wie heißt der Sachbearbeiter, mit dem Sie gesprochen haben? Wie heißt die Sachbearbeiterin, mit der Sie telefoniert haben? Wie heißen die Leute, mit denen du zusammengearbeitet hast? Wie heißt das Projekt, mit dem Uliana anderen Menschen hilft? Dialog 7 Du wolltest etwas sagen? Ach so, ja. Bei uns zu Hause sind die Familie und die Nachbarn total wichtig. Man hilft sich. Das macht vieles einfacher. Ich fühle mich oft allein mit Sophia und dem Job und meinem Leben. Ja, das verstehe ich gut. Ich habe eine Sendung im Fernsehen gesehen, in der Sie eine tolle Idee vorgestellt haben. Und zwar gibt es Leihomas. Leihomas? Was ist das? Das ist eine Art ehrenamtliches Engagement. Es gibt da einen Verein, der so etwas organisiert. Und wie funktioniert das? Ganz einfach. Der Verein bringt junge Eltern, die Hilfe brauchen, mit älteren Menschen zusammen. Das sind dann ältere Menschen, die Zeit haben und Familien oder jungen Müttern mit kleinen Kindern helfen möchten. Das ist ja spannend. Ich überlege, ob ich da mal anrufen soll. Ja, das ist eine gute Idee. Dialog 7 Du wolltest etwas sagen. Ach so, ja. Bei uns zu Hause sind die Familie und die Nachbarn total wichtig. Man hilft sich. Das macht vieles einfacher. Ich fühle mich oft allein mit Sophia und dem Job und meinem Leben. Ja, das verstehe ich gut. Ich habe eine Sendung im Fernsehen gesehen, in der Sie eine tolle Idee vorgestellt haben. Und zwar gibt es Leihomas. Leihomas? Was ist das? Das ist eine Art ehrenamtliches Engagement. Es gibt da einen Verein, der so etwas organisiert. Und wie funktioniert das? Ganz einfach. Der Verein bringt junge Eltern, die Hilfe brauchen, mit älteren Menschen zusammen. Das sind dann ältere Menschen, die Zeit haben und Familien oder jungen Müttern mit kleinen Kindern helfen möchten. Das ist ja spannend. Ich überlege, ob ich da mal anrufen soll. Ja, das ist eine gute Idee. Dialog 8 Guten Tag, mein Name ist Kurt Valentina. Ich bin Ihr Bankberater. Entschuldigen Sie bitte, dass Sie fünf Minuten warten mussten. Das macht nichts. Ich bin Rana Schmidt und möchte ein Girokonto eröffnen. Ja, gerne. Wir haben verschiedene Angebote. Wofür brauchen Sie das Konto? Brauchen Sie ein Privatkonto oder ein Geschäftskonto? Ich brauche ein Privatkonto für mein Gehalt, die Miete und so weiter. Dann empfehle ich Ihnen unser Giro Plus. Es kostet vier Euro im Monat plus Gebühren. Wofür muss ich Gebühren bezahlen? Die Gebühren sind für eine Kreditkarte oder eine zweite EC-Karte. Alle Buchungen, also zum Beispiel Einzahlungen, Auszahlungen und Überweisungen sind kostenlos. Ja, ich denke, das passt. Ich nehme das Konto Giro Plus. Natürlich bekommen Sie auch eine EC-Karte. Mit der EC-Karte können Sie bargeldlos bezahlen und in fast allen Ländern weltweit Geld abheben. Nicht nur an unseren Geldautomaten. Gut. Wann bekomme ich die EC-Karte? Das dauert ungefähr zwei Wochen. Sie kommt per Post. Auch die PIN bekommen Sie per Post, aber separat. Die PIN? Ja, die Geheimnummer für den Geldautomaten oder für bargeldlose Zahlungen. Ich muss also zwei Wochen warten. Erst dann kann ich das Konto benutzen? Nein. Sie können natürlich ab sofort, sofort hier am Schalter Geld einzahlen und abheben. Hm. Noch eine letzte Frage. Kann ich auch eine EC-Karte für meinen Mann bekommen? Ja, das ist möglich. Guten Tag. Mein Name ist Kurt Valentiner. Ich bin Ihr Bankberater. Entschuldigen Sie bitte, dass Sie fünf Minuten warten mussten. Das macht nichts. Ich bin Rana Schmidt und möchte ein Girokonto eröffnen. Ja, gerne. Wir haben verschiedene Angebote. Wofür brauchen Sie das Konto? Brauchen Sie ein Privatkonto oder ein Geschäftskonto? Ich brauche ein Privatkonto für mein Gehalt, die Miete und so weiter. Dann empfehle ich Ihnen unser Giro Plus. Es kostet vier Euro im Monat plus Gebühren. Wofür muss ich Gebühren bezahlen? Die Gebühren sind für eine Kreditkarte oder eine zweite EC-Karte. Alle Buchungen, also zum Beispiel Einzahlungen, Auszahlungen und Überweisungen sind kostenlos. Ja, ich denke, das passt. Ich nehme das Konto Giro Plus. Natürlich bekommen Sie auch eine EC-Karte. Mit der EC-Karte können Sie bargeldlos bezahlen und in fast allen Ländern weltweit Geld abheben. Nicht nur an unseren Geldautomaten. Gut. Wann bekomme ich die EC-Karte? Das dauert ungefähr zwei Wochen. Sie kommt per Post. Auch die PIN bekommen Sie per Post, aber separat. Die PIN? Ja, die Geheimnummer für den Geldautomaten oder für bargeldlose Zahlungen. Ich muss also zwei Wochen warten. Erst dann kann ich das Konto benutzen? Nein. Sie können natürlich ab sofort, sofort hier am Schalter Geld einzahlen und abheben. Hm. Noch eine letzte Frage. Kann ich auch eine EC-Karte für meinen Mann bekommen? Ja, das ist möglich. Dialog 9 Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich brauche eine Waschmaschine. Was können Sie empfehlen? Wir haben viele verschiedene Typen. Hier ist zum Beispiel eine Maschine mit viel Platz. Sie können acht Kilo Wäsche auf einmal waschen. Ein anderer Vorteil ist, dass es fünf Jahre Garantie gibt. Aber der Preis ist ein Nachteil. Er ist sehr hoch. Und so viel Wäsche habe ich nicht. Was ist mit dieser Waschmaschine? Sie kostet nur 269 Euro. Ja, aber sie hat weniger Platz und nur zwei Jahre Garantie. Das macht nichts. Die Garantiezeit ist für mich in Ordnung und ich sehe, dass sie genauso energiesparend ist wie die andere Maschine. Der Energieverbrauch ist für mich auch sehr wichtig. Ich glaube, die nehme ich. Sollen wir Ihnen die Maschine nach Hause liefern? Das kostet 50 Euro extra. Ja, gerne. Ich kann sie nicht selbst transportieren. Ja. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich brauche eine Waschmaschine. Was können Sie empfehlen? Wir haben viele verschiedene Typen. Hier ist zum Beispiel eine Maschine mit viel Platz. Sie können acht Kilo Wäsche auf einmal waschen. Ein anderer Vorteil ist, dass es fünf Jahre Garantie gibt. Aber der Preis ist ein Nachteil. Er ist sehr hoch. Und so viel Wäsche habe ich nicht. Was ist mit dieser Waschmaschine? Sie kostet nur 269 Euro. Ja, aber sie hat weniger Platz und nur zwei Jahre Garantie. Das macht nichts. Die Garantiezeit ist für mich in Ordnung und ich sehe, dass sie genauso energiesparend ist wie die andere Maschine. Der Energieverbrauch ist für mich auch sehr wichtig. Ich glaube, die nehme ich. Sollen wir Ihnen die Maschine nach Hause liefern? Das kostet 50 Euro extra. Ja, gerne. Ich kann sie nicht selbst transportieren. Dialog 10 Guten Tag. Ich habe vor zwei Wochen diesen Staubsauger gekauft. Aber er funktioniert leider nicht. Vielleicht ist das Stromkabel defekt. Darf ich mal sehen? Ja, hier, probieren Sie es einmal. Hm, da gibt es ein Problem. Der Staubsauger hat einen Fehler. Und was passiert jetzt? Wir schicken den Staubsauger ans Werk. Die prüfen und reparieren ihn. Haben Sie die Quittung? Ja, hier sind die Quittung und der Garantieschein. Wann bekomme ich den Staubsauger zurück? Das geht schnell. Sie bekommen Ihren Staubsauger in zwei Wochen zurück. Dialog 10 Guten Tag. Ich habe vor zwei Wochen diesen Staubsauger gekauft. Aber er funktioniert leider nicht. Vielleicht ist das Stromkabel defekt. Darf ich mal sehen? Ja, hier. Probieren Sie es einmal. Hm, da gibt es ein Problem. Der Staubsauger hat einen Fehler. Und was passiert jetzt? Wir schicken den Staubsauger ans Werk. Die prüfen und reparieren ihn. Haben Sie die Quittung? Ja, hier sind die Quittung und der Garantieschein. Wann bekomme ich den Staubsauger zurück? Das geht schnell. Sie bekommen Ihren Staubsauger in zwei Wochen zurück. Dialog 11 Wichtige Sätze Der Rasierapparat funktioniert nicht. Bitte lassen Sie ihn prüfen und reparieren. Bitte schicken Sie ihn ans Werk. Hier ist die Quittung. Und das ist der Garantieschein. Wie lange dauert die Reparatur? Der Rasierapparat funktioniert nicht. Bitte lassen Sie ihn prüfen und reparieren. Bitte schicken Sie ihn ans Werk. Hier ist die Quittung. Und das ist der Garantieschein. Wie lange dauert die Reparatur? Dialog 11 Wichtige Sätze Der Rasierapparat funktioniert nicht. Bitte lassen Sie ihn prüfen und reparieren. Bitte schicken Sie ihn ans Werk. Hier ist die Quittung. Und das ist der Garantieschein. Wie lange dauert die Reparatur? Der Rasierapparat funktioniert nicht. Bitte lassen Sie ihn prüfen und reparieren. Bitte schicken Sie ihn ans Werk. Hier ist die Quittung. Und das ist der Garantieschein. Wie lange dauert die Reparatur? Dialog 12 Und wie war dein Wochenende, Anna? Meine Tochter war am Sonntag da. Aber es war schwierig. Seit ich allein bin, ist sie ein bisschen anstrengend. Sie will mir sicher nur helfen, aber ich finde das komisch. Habt ihr euch gestritten? Nein. Oder ja, ein bisschen. Sie versteht zum Beispiel nicht, dass ich Gebühren für mein Girokonto bezahle. Und sie will, dass ich Onlinebanking mache. Sie war schon fast wütend. Wir haben lange darüber geredet. Das verstehe ich nicht. Worüber war sie wütend? Das ist doch deine Sache. Ja, klar. Ich verstehe das auch nicht. Wofür brauche ich Onlinebanking? Ich fülle die Überweisungsformulare aus und bringe sie zu meiner Bank. Fertig. Wie macht ihr das denn? Naja, ich mache natürlich alles online. Dann habe ich keine langen Wege und muss nicht auf die Öffnungszeiten der Bank achten. Ich mache auch nur Onlinebanking. Das finde ich praktischer. Und was für ein Girokonto habt ihr? Zahlt ihr Gebühren? Ja, ich zahle Gebühren für mein Konto, aber das ist ja auch ein Geschäftskonto. Ich zahle nichts. Wenn du willst, helfe ich dir, ein kostenloses Konto zu eröffnen. Danke, aber ich weiß nicht. Und wie war dein Wochenende, Anna? Meine Tochter war am Sonntag da, aber es war schwierig. Seit ich allein bin, ist sie ein bisschen anstrengend. Sie will mir sicher nur helfen, aber ich finde das komisch. Habt ihr euch gestritten? Nein, oder ja, ein bisschen. Sie versteht zum Beispiel nicht, dass ich Gebühren für mein Girokonto bezahle. Und sie will, dass ich Onlinebanking mache. Sie war schon fast wütend. Wir haben lange darüber geredet. Das verstehe ich nicht. Worüber war sie wütend? Das ist doch deine Sache. Ja, klar. Ich verstehe das auch nicht. Wofür brauche ich Onlinebanking? Ich fülle die Überweisungsformulare aus und bringe sie zu meiner Bank. Fertig. Wie macht ihr das denn? Naja, ich mache natürlich alles online. Dann habe ich keine langen Wege und muss nicht auf die Öffnungszeiten der Bank achten. Ich mache auch nur Onlinebanking. Das finde ich praktischer. Und was für ein Girokonto habt ihr? Zahlt ihr Gebühren? Ja, ich zahle Gebühren für mein Konto, aber das ist ja auch ein Geschäftskonto. Ich zahle nichts. Wenn du willst, helfe ich dir, ein kostenloses Konto zu eröffnen. Danke, aber ich weiß nicht. Dialog 13 Weißt du, wen ich letzte Woche getroffen habe? Uli. Uli? Welchen Uli meinst du? Uli Fraling. Uli Fraling? Echt? Den habe ich seit zehn Jahren nicht mehr gesehen. Bist du zu ihm nach Alten Berge gefahren? Was hast du denn dort gemacht? Tja, das war eine Überraschung. Auch für ihn. Aber eigentlich war es gar nicht geplant. Erzähl doch mal, wie bist du denn dort hingekommen? Du weißt ja, dass ich beruflich viel reise. Ich muss immer in den Norden, nach Osnabrück und Oldenburg. Naja, und da war ich letzten Freitag auch in der Nähe von Oldenburg und bin abends spät zurückgefahren. In Münster hatte der Zug dann einen langen Aufenthalt, ich weiß nicht genau warum, ein Problem mit den Signalen oder so. Naja, da bin ich ausgestiegen und habe eine Zigarette geraucht. Hast du immer noch nicht aufgehört mit dem Rauchen? Ach so, halb. Aber wenn ich Stress habe, dann rauche ich gerne noch, gerne noch eine. Naja, aber jedenfalls stehe ich da so auf dem Bahnsteig und sehe ein Plakat. Madonna macht eine Deutschland-Tournee. Ich träume schon von einer Karte in der ersten Reihe. Da höre ich einen Pfiff hinter mir. Ich drehe mich um, die Türen geschlossen und der Zug fährt los. Mit meiner Tasche, mit meinem Portemonnaie, mit allem, was ich dabei habe. Es war kurz nach eins in der Nacht. Der Bahnhof geschlossen, nichts los, kein Mensch zu sehen. Oh je, und dann hast du Uli getroffen. Das war ja ein Zufall. Nein, nicht gerade ein Zufall. Ich habe ihn angerufen. Mein Smartphone hatte ich glücklicherweise in der Tasche. Dann habe ich seine Nummer herausgefunden. Er wohnt immer noch in der Finkenstraße in Altenberge. Und dann habe ich ihn angerufen. Es war mittlerweile halb zwei. Erst war Ullis Frau am Telefon, sehr unfreundlich. Das kann ich ja auch verstehen. Die hatten natürlich schon geschlafen. Aber sie hat mir Uli gegeben. Und der hat sich sofort ins Auto gesetzt und hat mich abgeholt. Wow. Ja, Uli war schon immer ein guter Freund. Man kann sich wirklich auf ihn verlassen. Ja. Dialog 13 Weißt du, wen ich letzte Woche getroffen habe? Uli. Uli? Welchen Uli meinst du? Uli Fraling. Uli Fraling? Echt? Den habe ich seit zehn Jahren nicht mehr gesehen. Bist du zu ihm nach Altenberge gefahren? Was hast du denn dort gemacht? Tja, das war eine Überraschung. Auch für ihn. Aber eigentlich war es gar nicht geplant. Erzähl doch mal. Wie bist du denn dort hingekommen? Du weißt ja, dass ich beruflich viel reise. Ich muss immer in den Norden, nach Osnabrück und Oldenburg. Na ja, und da war ich letzten Freitag auch in der Nähe von Oldenburg und bin abends spät zurückgefahren. In Münster hatte der Zug dann einen langen Aufenthalt, ich weiß nicht genau warum, ein Problem mit den Signalen oder so. Na ja, da bin ich ausgestiegen und habe eine Zigarette geraucht. Hast du immer noch nicht aufgehört mit dem Rauchen? Ach so, halb. Aber wenn ich Stress habe, dann rauche ich gerne noch, gerne noch eine. Na ja, aber jedenfalls stehe ich da so auf dem Bahnsteig und sehe ein Plakat. Madonna macht eine Deutschland-Tournee. Ich träume schon von einer Karte in der ersten Reihe. Da höre ich einen Pfiff hinter mir. Ich drehe mich um, die Türen geschlossen und der Zug fährt los. Mit meiner Tasche, mit meinem Portemonnaie, mit allem, was ich dabei habe. Es war kurz nach eins in der Nacht. Der Bahnhof geschlossen, nichts los, kein Mensch zu sehen. Oh je, und dann hast du Uli getroffen. Das war ja ein Zufall. Nein, nicht gerade ein Zufall. Ich habe ihn angerufen. Mein Smartphone hatte ich glücklicherweise in der Tasche. Dann habe ich seine Nummer herausgefunden. Er wohnt immer noch in der Finkenstraße in Altenberge. Und dann habe ich ihn angerufen. Es war mittlerweile halb zwei. Erst war Ullis Frau am Telefon, sehr unfreundlich. Das kann ich ja auch verstehen. Die hatten natürlich schon geschlafen. Aber sie hat mir Uli gegeben. Und der hat sich sofort ins Auto gesetzt und hat mich abgeholt. Wow, ja, Uli war schon immer ein guter Freund. Man kann sich wirklich auf ihn verlassen. Herr Patzi, wie sieht Ihr Wochenende aus? Am Samstagvormittag putze ich immer die Wohnung. Das macht keinen Spaß, aber es muss sein. Am Nachmittag mache ich Sport. Das heißt, ich jogge eine Stunde. Und am Abend gehe ich mit meiner Freundin essen. Und am Sonntag? Am Nachmittag muss ich die Waschmaschine reparieren, denn die ist seit einer Woche kaputt. Und am Vormittag helfe ich meinem Vermieter im Garten. Am Montag haben wir einen Test in unserem Deutschkurs und deshalb will ich Sonntagabend für den Test lernen. Dialog 14 Herr Patzi, wie sieht Ihr Wochenende aus? Am Samstagvormittag putze ich immer die Wohnung. Das macht keinen Spaß, aber es muss sein. Am Nachmittag mache ich Sport. Das heißt, ich jogge eine Stunde. Und am Abend gehe ich mit meiner Freundin essen. Und am Sonntag? Am Nachmittag muss ich die Waschmaschine reparieren, denn die ist seit einer Woche kaputt. Und am Vormittag helfe ich meinem Vermieter im Garten. Am Montag haben wir einen Test in unserem Deutschkurs und deshalb will ich Sonntagabend für den Test lernen. Dialog 15 Restaurant zur Post, was kann ich für Sie tun? Guten Abend, hier spricht Fernando Lopez. Ich möchte gerne einen Tisch für Samstagabend reservieren. Geht das? Ja, das geht. Wie viele Personen sind Sie und wann möchten Sie kommen? Wir sind drei Personen und wollen um 20 Uhr kommen. Möchten Sie einen Tisch auf der Terrasse? Ja, gerne. Das habe ich notiert. Vielen Dank für Ihre Reservierung. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Restaurant zur Post, was kann ich für Sie tun? Guten Abend, hier spricht Fernando Lopez. Ich möchte gerne einen Tisch für Samstagabend reservieren. Geht das? Ja, das geht. Wie viele Personen sind Sie und wann möchten Sie kommen? Wir sind drei Personen und wollen um 20 Uhr kommen. Möchten Sie einen Tisch auf der Terrasse? Ja, gerne. Das habe ich notiert. Vielen Dank für Ihre Reservierung. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Dialog 16 Frau Ahlers, Sie haben einen Sohn. Was macht er jetzt? Also unser Sohn Philipp geht jetzt in die vierte Klasse und wir möchten, dass er danach aufs Gymnasium geht. Ist er gut in der Schule? Er hat gute Noten. Nur in Mathematik muss er besser werden. Wenn er eine 2 hat, dann kann er aufs Gymnasium gehen. Was soll er später einmal machen? Was er nach dem Gymnasium machen soll? Ach, das wissen wir noch nicht. Das muss er entscheiden. Er sagt, er möchte Arzt werden. Dann muss er aber sehr gute Noten haben und an der Universität studieren. Das Studium dauert auch sehr lange. Aber dann, als Arzt, kann man sehr gut Geld verdienen. Dialog 16 Frau Ahlers, Sie haben einen Sohn. Was macht er jetzt? Also unser Sohn Philipp geht jetzt in die vierte Klasse und wir möchten, dass er danach aufs Gymnasium geht. Ist er gut in der Schule? Er hat gute Noten. Nur in Mathematik muss er besser werden. Wenn er eine 2 hat, dann kann er aufs Gymnasium gehen. Was soll er später einmal machen? Was er nach dem Gymnasium machen soll? Ach, das wissen wir noch nicht. Das muss er entscheiden. Er sagt, er möchte Arzt werden. Dann muss er aber sehr gute Noten haben und an der Universität studieren. Das Studium dauert auch sehr lange. Aber dann, als Arzt, kann man sehr gut Geld verdienen. Ich glaube, ich nehme die Tomatensuppe, denn die schmeckt mir immer. Dann nehme ich noch das Hähnchen mit Nudeln und Gemüse. Also, ich nehme kein Hähnchen, denn das hatte ich schon gestern. Ich nehme die Spaghetti. Was willst du trinken, Philipp? Ich nehme ein Glas Wein. Ich habe gehört, dass der Wein hier nicht so gut ist. Ich nehme einen Apfelsaft. Dann nehme ich ein Bier. Willst du keine Suppe als Vorspeise? Doch, ich nehme auch die Tomatensuppe. Nach dem Hähnchen esse ich dann noch ein Vanilleeis. Dialog 17 Selvi, was magst du essen? Ich glaube, ich nehme die Tomatensuppe, denn die schmeckt mir immer. Dann nehme ich noch das Hähnchen mit Nudeln und Gemüse. Also, ich nehme kein Hähnchen, denn das hatte ich schon gestern. Ich nehme die Spaghetti. Was willst du trinken, Philipp? Ich nehme ein Glas Wein. Ich habe gehört, dass der Wein hier nicht so gut ist. Ich nehme einen Apfelsaft. Dann nehme ich ein Bier. Willst du keine Suppe als Vorspeise? Doch, ich nehme auch die Tomatensuppe. Nach dem Hähnchen esse ich dann noch ein Vanilleeis. Dialog 18 Wann sind Sie nach Deutschland gekommen? Ich bin 2011 nach Deutschland gekommen. Wo haben Sie da gewohnt? Zuerst habe ich in der Nähe von Kassel gewohnt, auf dem Land. Leider gibt es da nicht so viel Arbeit und ich habe keine Arbeit gefunden. Ich war etwas depressiv. Dann hat mein Onkel gesagt, komm zu mir nach Frankfurt. Hier findest du bestimmt deine Arbeit. Ich bin also zu meinem Onkel nach Frankfurt umgezogen. Haben Sie in Frankfurt sofort eine Arbeit gefunden? Nein, in Frankfurt habe ich erst einmal einen Sprachkurs gemacht. Im Sprachkurs habe ich nette Leute kennengelernt. Ich habe auch die Prüfung gemacht. Beim zweiten Mal habe ich sie geschafft. Dann habe ich auch eine Arbeit gefunden. Ich arbeite jetzt als Verkäufer. Und wie geht es Ihnen jetzt? Ich bin ganz zufrieden. Aber ich verdiene leider nicht so viel Geld. Vielleicht finde ich noch eine andere Arbeit. Ich möchte gern wieder als Ingenieur arbeiten. So wie in meiner Heimat. Dialog 18 Wann sind Sie nach Deutschland gekommen? Ich bin 2011 nach Deutschland gekommen. Wo haben Sie da gewohnt? Zuerst habe ich in der Nähe von Kassel gewohnt. Auf dem Land. Leider gibt es da nicht so viel Arbeit und ich habe keine Arbeit gefunden. Ich war etwas depressiv. Dann hat mein Onkel gesagt, komm zu mir nach Frankfurt. Hier findest du bestimmt deine Arbeit. Ich bin also zu meinem Onkel nach Frankfurt umgezogen. Haben Sie in Frankfurt sofort eine Arbeit gefunden? Nein, in Frankfurt habe ich erst einmal einen Sprachkurs gemacht. Im Sprachkurs habe ich nette Leute kennengelernt. Ich habe auch die Prüfung gemacht. Beim zweiten Mal habe ich sie geschafft. Dann habe ich auch eine Arbeit gefunden. Ich arbeite jetzt als Verkäufer. Und wie geht es Ihnen jetzt? Ich bin ganz zufrieden, aber ich verdiene leider nicht so viel Geld. Vielleicht finde ich noch eine andere Arbeit. Ich möchte gern wieder als Ingenieur arbeiten. So wie in meiner Heimat. Wie war Ihre Schulzeit, Frau Sanchez? Also meine Schulzeit war schön. Unsere Lehrer waren ziemlich streng, wir mussten viel lernen. Aber die Prüfungen waren nicht so schwierig wie heute. Wir konnten leichter einen Abschluss bekommen als die Kinder heute. Nachmittags konnten wir verschiedene Kurse wählen, zum Beispiel Basketball, Tanzen oder Schach. Aber wir durften keine Hausaufgaben in der Schule machen, die mussten wir immer zu Hause machen. Manchmal wollten wir an den Strand gehen und schwimmen, besonders wenn es heiß war. Das durften wir leider nicht. Aber eigentlich konnte ja nichts passieren, das Meer war immer ruhig. Wie war Ihre Schulzeit, Frau Sanchez? Also meine Schulzeit war schön. Unsere Lehrer waren ziemlich streng, wir mussten viel lernen. Aber die Prüfungen waren nicht so schwierig wie heute. Wir konnten leichter einen Abschluss bekommen als die Kinder heute. Nachmittags konnten wir verschiedene Kurse wählen, zum Beispiel Basketball, Tanzen oder Schach. Aber wir durften keine Hausaufgaben in der Schule machen, die mussten wir immer zu Hause machen. Manchmal wollten wir an den Strand gehen und schwimmen, besonders wenn es heiß war. Das durften wir leider nicht. Aber eigentlich konnte ja nichts passieren, das Meer war immer ruhig. Was machen Sie, wenn Sie müde sind? Was machen Sie, wenn Sie Fieber haben? Was machen Sie, wenn die Hose zu klein ist? Was machen Sie, wenn Sie nicht schlafen können? Was machen Sie, wenn Sie zwei Wochen Urlaub haben? Dialog 20 Wichtige Sätze Was machen Sie, wenn Sie müde sind? Was machen Sie, wenn Sie nicht schlafen können? Was machen Sie, wenn Sie nicht schlafen können? Was machen Sie, wenn Sie zwei Wochen Urlaub haben? Dialog 21 Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Thema ist heute Schule früher und heute. Dazu ist einer unserer treuen Hörer zu uns zu Besuch gekommen und möchte uns etwas erzählen. Guten Tag, Herr Vogel. Herr Vogel. Guten Tag. Sie sind jetzt 65 Jahre alt. Können Sie uns erzählen, wie die Schule früher war? Ja, klar. Gerne. Also, was möchten Sie wissen? Zuerst einmal, hatten Sie einen Lehrer oder eine Lehrerin? Ganz am Anfang hatte ich eine Lehrerin. Ich weiß noch genau, das war Frau Peters. Sie war sehr jung und sehr beliebt. Und streng? Nein. Sie war nicht zu streng. Sie war nicht zu streng. Später hatte ich natürlich viele verschiedene Lehrer und Lehrerinnen. Die meisten waren eher streng. Aber viele waren auch sehr beliebt bei uns Schülern. Und wie lange hatten Sie Unterricht? Nicht so lange wie die Schüler heute. Unser Unterricht hatte jeden Morgen um 8 Uhr angefangen und in den ersten Jahren mittags um 12 aufgehört. Zum Mittagessen war ich immer zu Hause. Natürlich habe ich nachmittags noch Hausaufgaben gemacht. Aber das war meistens nicht so viel. Und was war Ihr Lieblingsfach? Mein Lieblingsfach? Am Anfang hatte ich kein Lieblingsfach. Ich habe alles gerne gemacht. Später hatte ich zwei Lieblingsfächer. Sport und Physik. Ich habe immer gerne Fußball gespielt. Und Physik finde ich auch heute noch spannend. Deshalb bin ich ja auch Ingenieur geworden. Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Thema ist heute Schule früher und heute. Dazu ist einer unserer treuen Hörer zu uns zu Besuch gekommen und möchte uns etwas erzählen. Guten Tag, Herr Vogel. Herr Vogel, Sie sind jetzt 65 Jahre alt. Können Sie uns erzählen, wie die Schule früher war? Ja klar, gerne. Also, was möchten Sie wissen? Zuerst einmal, hatten Sie einen Lehrer oder eine Lehrerin? Ganz am Anfang hatte ich eine Lehrerin. Ich weiß noch genau, das war Frau Peters. Sie war sehr jung und sehr beliebt. Und streng? Nein, sie war nicht zu streng. Später hatte ich natürlich viele verschiedene Lehrer und Lehrerinnen. Die meisten waren eher streng. Aber viele waren auch sehr beliebt bei uns Schülern. Und wie lange hatten Sie Unterricht? Nicht so lange wie die Schüler heute. Unser Unterricht hatte jeden Morgen um 8 Uhr angefangen und in den ersten Jahren mittags um 12 aufgehört. Zum Mittagessen war ich immer zu Hause. Natürlich habe ich nachmittags noch Hausaufgaben gemacht. Aber das war meistens nicht so viel. Und was war Ihr Lieblingsfach? Mein Lieblingsfach? Am Anfang hatte ich kein Lieblingsfach. Ich habe alles gerne gemacht. Später hatte ich zwei Lieblingsfächer. Sport und Physik. Ich habe immer gerne Fußball gespielt. Und Physik finde ich auch heute noch spannend. Deshalb bin ich ja auch Ingenieur geworden. Dialog 22 Frau Kostas, Sie sind Buchhalterin. Wie ist das bei Ihnen? Arbeiten Sie auch viel am Computer und nutzen oft das Internet? Ja, natürlich arbeite ich in der Firma oft mit dem Internet. Der Kontakt mit den Kunden geht bei mir natürlich per E-Mail. Ich sitze den ganzen Tag am Computer und arbeite mit vielen verschiedenen Programmen und recherchiere im Internet. Und nutzen Sie das Internet auch oft in Ihrer Freizeit? Nein, in meiner Freizeit gehe ich selten ins Internet. Ich sitze schon bei meiner Arbeit den ganzen Tag am Computer. Da habe ich in der Freizeit keine Lust mehr. Ich chatte zum Beispiel nicht mit meinen Freunden. Ich rufe sie an oder wir treffen uns. Ich möchte auch nicht immer erreichbar sein. Ich brauche auch meine Ruhe. Und ich kaufe nicht online ein. Ich gehe lieber mit einer Freundin zusammen in die Stadt shoppen. Die Zeitung lese ich auch lieber auf Papier, gemütlich mit einer Tasse Kaffee. Ich brauche das Internet in meiner Freizeit nur selten. Frau Kostas, Sie sind Buchhalterin. Wie ist das bei Ihnen? Arbeiten Sie auch viel am Computer und nutzen oft das Internet? Ja, natürlich arbeite ich in der Firma oft mit dem Internet. Der Kontakt mit den Kunden geht bei mir natürlich per E-Mail. Ich sitze den ganzen Tag am Computer und arbeite mit vielen verschiedenen Programmen und recherchiere im Internet. Und nutzen Sie das Internet auch oft in Ihrer Freizeit? Nein, in meiner Freizeit gehe ich selten ins Internet. Ich sitze schon bei meiner Arbeit den ganzen Tag am Computer. Da habe ich in der Freizeit keine Lust mehr. Ich chatte zum Beispiel nicht mit meinen Freunden. Ich rufe sie an oder wir treffen uns. Ich möchte auch nicht immer erreichbar sein. Ich brauche auch meine Ruhe. Und ich kaufe nicht online ein. Ich gehe lieber mit einer Freundin zusammen in die Stadt shoppen. Die Zeitung lese ich auch lieber auf Papier, gemütlich mit einer Tasse Kaffee. Ich brauche das Internet in meiner Freizeit nur selten. Dialog 23 Ich wollte früher Pilotin werden, weil ich Flugzeuge und Technik mag. Aber meine Augen waren nicht gut genug, deshalb durfte ich nicht Pilotin werden. Ich habe dann Maschinenbau studiert. Jetzt bin ich Ingenieurin in einer Automobilfirma und bin sehr zufrieden mit meiner Arbeit. Ich wollte gerne Erzieher werden, aber meine Eltern haben gesagt, dass man als Erzieher nicht so viel Geld verdient. Ich habe dann eine Ausbildung als Krankengymnast gemacht. Jetzt habe ich meine eigene Praxis, die Arbeit macht mir Spaß und ich verdiene auch nicht schlecht. Dialog 23 Ich wollte früher Pilotin werden, weil ich Flugzeuge und Technik mag. Aber meine Augen waren nicht gut genug, deshalb durfte ich nicht Pilotin werden. Ich habe dann Maschinenbau studiert. Jetzt bin ich Ingenieurin in einer Automobilfirma und bin sehr zufrieden mit meiner Arbeit. Ich wollte gerne Erzieher werden, aber meine Eltern haben gesagt, dass man als Erzieher nicht so viel Geld verdient. Ich habe dann eine Ausbildung als Krankengymnast gemacht. Jetzt habe ich meine eigene Praxis, die Arbeit macht mir Spaß und ich verdiene auch nicht schlecht. Dialog 24 Ach ja, Ranjit. Du ziehst ja nächste Woche um. Das wird sicher viel Stress. Oh ja, aber zum Glück muss ich nicht alles allein machen. Meine Freunde helfen mir. Aber einige Sachen muss ich trotzdem selbst machen. Was denn zum Beispiel? Die Umzugskartons packe ich zum Beispiel selbst ein. Und in der neuen Wohnung packe ich sie auch wieder selbst aus. Und ich räume meine Bücher ins Regal. Aber ich kann die Möbel nicht alleine abbauen. Da bekomme ich Hilfe. Außerdem lasse ich die Möbel transportieren. Wie meinst du das? Ich habe viele Möbel und ich brauche einen ziemlich großen Lkw. Aber ich habe keinen Führerschein. Zum Glück hat Mario einen. Er fährt den Lkw mit den Möbeln zur neuen Wohnung. Das ist super nett von Mario. Ja, aber meine Freunde können mir nicht bei allen Sachen helfen. Ich muss die Wohnung renovieren und die Zimmer lasse ich von einem Maler streichen. Und dann lasse ich den Herd von einem Elektriker anschließen. Das will ich nicht selbst machen und das sollen auch meine Freunde nicht machen. Es ist zu gefährlich. Ich will … Dialog 24 Ach ja, Ranjit. Du ziehst ja nächste Woche um. Das wird sicher viel Stress. Oh ja. Aber zum Glück muss ich nicht alles allein machen. Meine Freunde helfen mir. Aber einige Sachen muss ich trotzdem selbst machen. Was denn zum Beispiel? Die Umzugskartons packe ich zum Beispiel selbst ein. Und in der neuen Wohnung packe ich sie auch wieder selbst aus. Und ich räume meine Bücher ins Regal. Aber ich kann die Möbel nicht alleine abbauen. Da bekomme ich Hilfe. Außerdem lasse ich die Möbel transportieren. Wie meinst du das? Ich habe viele Möbel und ich brauche einen ziemlich großen Lkw. Aber ich habe keinen Führerschein. Zum Glück hat Mario einen. Er fährt den Lkw mit den Möbeln zur neuen Wohnung. Das ist super nett von Mario. Ja. Aber meine Freunde können mir nicht bei allen Sachen helfen. Ich muss die Wohnung renovieren und die Zimmer lasse ich von einem Maler streichen. Und dann lasse ich den Herd von einem Elektriker anschließen. Das will ich nicht selbst machen und das sollen auch meine Freunde nicht machen. Es ist zu gefährlich. Ich will... 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 Vielen Dank.